Deine Tüte hast du eingepackt, ne? Ja, 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 ja. Halt alles fest, ja, ja. Wir gehen hier rechts rum, ja. Naja, ich fisch angebotet schon ganz gut, wenn ihr so kommt. Das ist ein Dörbchen, der nicht auf dem Schnitt, die Flachschen sind dann so hoch. Naja, ich fisch angebotet schon ganz gut, wenn ihr so kommt. Ah! Ah! Die haben jetzt einen... Ja, gut, okay. Ja, ich filme hier mal so ein bisschen diesen kleinen Markt. Direkt am Yachthafen in Barcelona. Hier bekommt man ziemlich alles, also Handtaschen, schöne Jogginganzüge, Strandtücher, Uhren, Gürtel, Sonnenbrillen. Ja, ja. Ob das Zeug original ist, kann ich allerdings nicht sagen. Die, die, die... Die, 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 die! Fertig, jetzt, in Hamburg. Das war es. In Kolossio gibt es einen restaurante der Ruhr und sehr süß. Musik Ich muss wirklich sagen, der Markt ist sehr groß, also das ist bestimmt einen Kilometer lang fast. Bis zum nächsten Mal. Also wie man eben hier gesehen hat, hier gibt es sogar so Versorgungsleute, die dann rumlaufen und den Leuten hier Kaffee noch geben. Also sie haben ihre eigene Infrastruktur hier dabei, die Händler. Und alle Stände hier haben eins gemeinsam, das liegt alles hier auf so Tüchern und meistens sind da am Ende von den Tüchern so Schnüre und da kann man ganz schnell dann diese Tücher zusammenziehen und die ganze Ware dann einpacken und damit sich den nächsten Stand dann suchen oder dann einen neuen Standort oder geht nach Hause, also das ist sehr praktisch. Und jetzt sind wir so ziemlich am Ende, das wiederholt sich auch immer alles, also ich werde das Video jetzt mal aufhören, aber wer hier nach Barcelona kommt in der Nähe vom Yachthafen Barcelonetta, da gibt es mega viele Stände und wer irgend sowas sucht, der findet hier bestimmt was. Also so eine Handtasche, Turnschuhe, hier gibt es wirklich sehr viel und fast eine Riesenauswahl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.